was machen sie dann von dem geld von ihnen zu sehen was was ist das hier hallo hallo der waffenhändler hat gesagt du sollst deine waffe noch zurückgeben welche waffe denn? er hat mir keine waffe gegeben keine ahnung, die schrullflinte ja diese flinte die schrullflinte? hä, er hat mir keine schrullflinte gegeben die hat mir doch der herr meni gegeben von meinem bruder die schrullflinte war das aber am ende haben wir keine waffe gegeben ja zeigen sie mir nochmal die waffe die sie gerade eben hatten das ist keine schrullflinte warten sie mal ja können sie die mir mal geben kurz bitte warum? ich will bloß sehen welcher Typ es ist ok ok ja, ist ihre ich weiß ich wollte es bloß checken ok vertrauen sie mir doch nicht? passen alle durch ok war das Loch da hinten eigentlich schon immer da? stimmt ähm 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 äh Herr Sheriff nein springen sie da rein und rennen sie ihn so funktioniert retten aber nicht 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 ähm ne der stimmt noch dem gehts gut der ist ausgebildet aber vielleicht endlich im schwimmen ach was der ist bestimmt der ist auch ausgebildet im schwimmen oder nicht? ähm ich weiß es nicht ach was super nach voraussetzungen ach um den sheriff das ist auch nicht schade ach was ja der ist auch krass und der kann alles ja der stellt sich nur noch blühen er kommt wieder ja ja ach sehen sehe ich was denn ach da ist er mhhh ok stell dir fest wir haben alle an sie geglaubt ja natürlich immer noch das war doch beabsichtigt oder? oh man sorry wir haben die Möbel die Möbel die Möbel ich habe mich jetzt schon wieder alle gehört wo ist er denn? anscheinend mögen die baden ja ja die sind anscheinend sehr begeistert vom Wasser ja ich bin ne Wasserratte ja ja der Debuty auch dann hab ich kenne es einfach der Debuty ist auch ne Wasserratte ne ne dann tue das gleiche was ich auch tu wenn ich da springe, springt er auf, Mann. Achso. Ja. Gut. Oder zu. Cool. Ja, gut. So, ich noch mal in meinem Chefgebäude. Ich gehe da mal mit. Ahja, danke, dass wir in Ihrem Haus schlafen durften. Uh, danke. Danke, dass wir in Ihrem Haus schlafen durften. Können Sie gerne, doch. Ich habe ein sehr großes Haus, glaube ich. Vielen Dank. Oh Mann. Ist ja das kleinste Haus in der Stadt. Das ist das schönste Haus. Das ist das schönste Haus. Das ist das schönste Haus. Oh, das ist so sad. Hast du eigentlich immer noch die Team? Ja, natürlich haben wir immer noch die Team. Cool. Das ist das schönste Haus. Ich kann Ihnen helfen. Wir wollten nur Ihre Musik lauschen. Ich gehe nicht für andere. Nein. Okay. Okay. Ist das Wochenhaus? Ja, das ist das Wochenhaus. Das ist das Waffelshaus. Ja, das ist das Waffelshaus. Wo ist eigentlich Fritz? Wer ist Fritz? Doch nix. Ja, das ist Claire. Das haben wir ja nicht sicher gebracht. Ähm. Ähm. Hallo. Cool. Ja. 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 Ja, aber das war meine Schrute. Ja, dann kommen Sie jetzt zurück. Hä? Aber ich hab die noch nicht. Ach so. Hä? Ja. 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 Schieß mich denn an. Ja. 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 Ja, warte. Ja. Die sind jetzt auf einmal weg. Ja. Kann ich ja mal Dinge? Ja. 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 Das machen wir jetzt ... Die sind jetzt auf einmal weg? Warte mal sagen. Vielleicht sollten sie irgendwie hier neu starten. Nein, das ist ein Mandala. Was machen sie dann? Das ist ein Mandala. Ich will die, ich auch immer. Aber Gegnern will. Ja, umarmen. Ich wollte nur Waffe zeigen. Nachdem ich aus dem Himmel gefallen habe, sind meine Beine nicht mehr so. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Mit Rädern. Herr Schariff? Herr Schariff, was haben sie dann? So was gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist ein Pferd. Sag das mal dem Scheriff. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich kann es liegen. Ich glaube, ich sterbe halt. Sag mal dem Scheriff, dass sie das zu der Zeit noch nicht haben. Ja. Bin ich der Einzige daran in der Luft gesitzt? Was? Das ist das normal. Das ist normal. Oh Scheiße. Was tun sie denn da? Hi Ronald. Ich dachte, sie sind Ärzte. Sorry. Das passiert öfters hier. Was tief angeht, bin ich keine Ärztin. Sondern der Killer. Ja. Ich glaube, es wird gleich ein bisschen... Oh. 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 Wer zieht das auf wen? Oh, was soll das denn? Oha. 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 Deputies, so tun sie doch etwas. Oha. 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 Was machen die da oben? Oha. Ach, da oben. Ja, da oben. Seid ich? Wer ist das? wie kommen wir jetzt alle rundher? ich habe mich nicht irre, keine Sorge Sorry, sorry, sorry. Ich habe gestorben. Ich habe gestorben. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Mami und Papi. Ich habe alles in meinem Leben. Das haben wir auch schon oben kreisen. Guck mal kurz den Discord. Vielleicht könnten wir kurz in ein Gespräch unter 4 Augen wieder zu dir passen. Mit 4 Augen? Auf welcher Test? Schau weiter. Hast du wieder ein langes Ton ausgebaut? Oh, mein letzt das sein? Ich hab so gedacht, ich bin zu sorg. Ich hab so ein langes Tau ausgefrackert. Ich hab so ein langes Tau ausgefrackert. Ich hab wirklich mal stehen. Wollte, aufhört nicht mal trin setzen. Nein, dann hab ich so nicht gedacht, dass ich eins erzählen. Schau. Im Alter hier. Ärger. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Jetzt mich auf der Schicht. Ich lebe mich da hin, wenn sie mich irgendwie nicht stört. Oh, okay, stört mich nicht. Benutzen Sie meinen Heimann als Liga. Ich bin wie zum Stratis im Kasa. Oh. Oh, das ist für mich. Ich will auch. Kann man mir noch mal ganz kurz sagen, auf welcher Hit hast du noch mal? Ich möchte nur kurz wissen, wo ich hinschießen müsste. Was ist das? F3. F3. Oh scheiße. Traurig. Nee, es war nicht F3. 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 Schieß doch. F3G war es. Nee, es war ein Schatz. Nee, es war ein Schatz. Oh. Ist das okay? Wie, wie, wie. Äh, hat er sich den Tisch kaputt gemacht? Oh nein. Oh? Ach, das hat alles kaputt. Ja. Wie, 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 wie. Weck? Hä, was, was? Jaaa. Hallo? Hallo? Mann! Schade Oh, schade Sie mir bitte meinen Tisch wiedergeben Schade Oh, ja Schade Das war's nicht an meinem Tisch den haben Sie bestimmt aus meinem brennenden Haus gekauft Das könnte sein Oh? Wer es findet, behält es Was soll das denn, was sind Sie für ein Deputy? Was sind Sie denn für ein Deputy? Was sind Sie denn für ein Deputy? Kenjant connected and entered channel Sollten Sie nicht für Sicherheit zuhagen und nicht hier klauen Dankeschön Danke Irgendwas auf Fass wert Oha Er hat einfach abgezogen Er hat einfach abgezogen Oh, er ist wieder da Ui Ui Hallo? Oh, das sieht nicht sehr gesund aus Hallo, was machen Sie mit Ihrem Kopf? Oh Oh ja Ui, er schießt da hinten gerade Menschen Oh, vielleicht doch nicht so gut Doch nicht so gut Hallo, wie geht's? Oh, ich wusste, dass da was passieren wird Hallo Ich bin nur ein paar Ja 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 Passiert öfter Ich bin noch gestorben Passiert öfter Passiert öfter Passiert öfter, dass ich sterbe Okay Ich bin Steve Gut Hallo Schön Sie kennenzulernen Hallo 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 Hi 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 Hallo Guten Tag Streamen Sie heute zufälligerweise? Ja Ja, das Das holen Sie Oh ja Hallo Hallo Bitte abonnieren Ja Also ist nicht Oro, aber Oh Hallo Bitte Steve Abonnieren Wir machen, wir machen Videos Wir sind ja Hallo Ich bin Steve Hallo Wir produzieren Wir produzieren Videos MV4 Auf jeden Fall Oh ja Hallo Hallo Ich bin nicht fertig Oh Ich verlinke dich bestimmt Ich erkläre dir erstmal, was hier abläuft Okay Nee, kann ich nicht Kannst du jetzt erklären denen, was hier abläuft? Oh Ich bin Stief Und er wird geschossen Oh ja Bestereitierung kann ich nicht abkriegen Perfekt Ja, das bin ich Was bist du? Oh Warten Sie jetzt nicht, das ist Deren Gaja 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 Oh Es ist alles okay, ich hab grad neine Person umgebracht Reicht Okay, mach mit Nein Ich war nicht ganz toll, dass ich es geschafft habe zu ziehen Oh, wo kam sie denn denn? Kamen sie zu tun? Weiß er auch Wieso fallen hier alle aus dem Himmel? Im Himmel Ich bin schon wieder Ja Okay, wir gehen Ich kenn es nicht Ja Zwing mich nicht Ihr seht nur mich, nichts anderes Nein Oh doch Na Ich seh auch was anderes Oh Nein, sie ist nicht Gehen, meine Leute brauchen mich Oh, wo ist er hin? Die Welt braucht sie Die Welt braucht ihn, haben sie auch jetzt geschlagen? Ja, wir brauchen den noch, werden sie auch Ich hab ihn verloren, wo ist er jetzt hin? Ja Ja Jetzt Jetzt Ich wär definitiv kein guter Deputy Ich wär definitiv kein guter Deputy Ich dachte der Arzt, aber gut Ich muss ja nicht schießen Deshalb ja, ich bin kein guter Deputy, ich bin halt einfach nicht Ja Die liegt kann, außer Dumm sein Und Leute erschießen? Und Ne, das kann ich auch nicht wirklich Aber es hat funktioniert Super Einmal Ey, also ich hab das ja vorher auch schon mal gesehen Was wird das denn hier? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Mami, du hast dich autarkisch geschützt, ne? Warum auch nicht? Ist das nicht sehr gesund hier in der Mitte zu stehen? Also, also sie tun hier großartige Arbeit, Herr der Beauty? Hm Ey Ey Zeug mir das mal an Ja Also, AP ist heute nur nicht so im Gange, hab ich das Gefühl Ne Warte, was macht man auf meinem Dach? Ja Okay, ne Ist doch nicht Ne, heute ist AP noch nicht so wirklich ganz so im Gange Doch nicht Das ist so, sag ich mal Aber das kommt noch, glaubst mir Ja Ich hab extra Schlacht in der Entwicklung, wenn sie beim Beispiel Ich wette mit dir, die Herren werden, machen jetzt gerade einen Plan, dass sie jetzt dann gleich einen AP machen Ja Keiner weiß wieder was davon, aber Hauptsache sie haben ihren Plan Bauen wahrscheinlich hunderte Banditen Ja, und ich darf wieder alle versorgen und irgendwie Und essen Wenn ich über den kleinen Zeh breche, dann Dann renke ich ihn dir aus und wieder ein Überlegst du dir ganz schnell, ob du nochmal wegen dem gebrochenen Zeh zu mir kommst Der wird amputiert Das ist wie ein Haustier, nur als Arzt Das ist wie ein Haustier, nur als Arzt Krasses PvP Event Krasses PvP Event Vor allem, der Bürgermeister steht daneben Und er sucht, wie sich mit der Beauty und die Ärztin prügelt Ich weiß ja nicht Da hinten ist eine unsichtbare Waffe Hey Da ist gerade eine unsichtbare Waffe auf den Berge gegangen Ich habe irgendwie das Gefühl, niemand verliert Wie viel hast du verloren? Halbes Ganzes Bitte was? Wie viel du? Dreieinhalb Fleischbrügelei Du triffst halt einfach Du triffst halt einfach Ich hab mehr Erechen mit dem Fleisch Es ist echt so ne... Ich hab die gar nicht sehen Oha Oha, er geht einfach Wow Er geht einfach No left channel and disconnected Wie lang geht das hier noch? Können... Können das auch ganz schnell beenden Schade, ich hab keine Muni Hätte ich Muni, dann hätten wir das jetzt ganz schnell sein Roro, ich möchte nur anmerken Ich... Du brauchst mich noch, ne? Ja, aber den Deputy brauch ich doch auch Sonst haben wir nur mehr den Channel Sonst haben wir nur mit dem Sheriff gemacht Ich glaub die unsichtbare Waffe schießt auf sie Ich denk... Lenny connected and entered channel Oh fuck, I can't believe you've done this Ist ne unsichtbare Waffe Oh fuck I can't believe you've done this Was? Häh? 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 Er Scharfschütze ist gegangen Ah! Noch zwei weitere Scharfschütze Häh? Hat irgendjemand ne Ahnung noch worauf Hitboxen waren auf der Hit-Tasten-Kombination? Äh? 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 Häh? Wer war das? Er war das? Er war das Äh... Emo 3 schießen? Es scheint zu hoch Ja, kann man Häh? 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 Äh? Häh? 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 Arsenal Häh? 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 Das sieht grad sehr seltsams? Häh? Re. Re. Wirsks, nicht? Lüge. oh nein oh nein, du kannst sogar laufen schutz haha man kann kann ich hier Tee draufstehen? oh verdammt was machen sie denn? ups, tschuldigung das war ja bestimmt mega aus passiert wie man einfach Schritte hört, obwohl ich krieche hallo hallo oh Gott, Hilfe oh nein aua nein ha nein Hilfe kannst du doch nicht tun da, wo du nicht bist 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 das bringt's an auf hallo das war zu lustig hm keine Ahnung hm ja und mein Game stützt erst mal ab fliegen aha 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 das sind Pferde im Untergrund gut was das ist das ist das ist Okay, dann macht der Deputy jetzt die Abmoderation. Herr Deputy? Herr Deputy? Äh, ja. Will die Abmoderation bitte? Hier war das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, ja, ja.